Guck mir nicht so an. Komm, wir lassen das. So, meine Freunde, ich hatte irgendein weirdes Intro mit meinem Hund geplant, aber scheiß drauf. Heute werden wir ein Mario Maker Level spielen, was unter 5% Abschlussrate hat. Und zwar mit... Eine Augenbinde. Also verbundenen Augen werde ich es abschließen. Ich werde es versuchen. Und in der nächsten Folge spielen wir German Let's Plays Level. Alle drei von ihm. Deswegen bleibt dran, falls ihr noch kein Abonnent seid, abonniert, weil es lohnt sich. Ich würde sagen, wir fangen an. Los geht's. Steaksoll. So, Augenbinde am Start und fragt mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe das Level nur geschickt bekommen und habe mir gedacht, das ist ja ein Rhythmuslevel. Da brauchst du die Augen nicht für. So, das ist das Level. Da steht sogar als Kommentar, play with your eyes closed. Challenge accepted. Man muss nur nach rechts drücken und immer springen. Und das Lied sollte jedem bekannt sein. Deswegen würde ich sagen, los geht's. Achso, ich sollte vielleicht springen. Komm. Ja, Mann. Oh, scheiße. Ey, es geht. Es geht. Es funktioniert. Man braucht die Augen nicht. Wie geil. Na, scheiße. Nein. Ich krieg's hin, Leute. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Dicker. Ey, das war der vierte, fünfte Versuch oder so. Ey, wie geil ist das denn? Ey. Direkt geschafft. Geiles Ding. Ey, diese Rhythmuslevel, die muss man mit geschlossenen Augen spielen. Alles andere ist Quatsch. So, jetzt ein Autolevel, was mir eine gute Finn gebaut hat. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, ihr könnt eure Levels hier unterposten. Danach gibt's noch ein Trolllevel. Okay, ist ein Autolevel. Bedeutet das ein Auto, also dass ich nichts machen muss? Oder? Weil das ist ja auch ein Auto hier. Okay. Ey, ich drück nur nach rechts. Es ist ein... Okay, das ist geil. Oh, sowas muss auch mal sein. Sowas entspanntes, Leute. Man kann nicht immer nur die krassen Challenges und Trolllevels machen. Aber gleich hab ich noch ein Trolllevel für euch rausgesucht. Aber ich liebe sowas. Ey, das ist einfach genial. Guck mal, wie geil das ist einfach. Mit dem Auto hier längst cruisen. Ich muss aber nur die Richtung wechseln. Geil. Zack. Zack, jetzt. Okay. Hab ich irgendwas falsch gemacht gerade? Geil. Zack. Zack. Alter, wir hörten das mal auf. Wie geil ist das denn? Okay, komm. Weltrekord. Weltrekord. Wäre ich bloß sitzen geblieben. Ich bin so dumm. Ehrlich, krieg ich nicht mal die Outdoorlevel hin, wo man nichts machen muss. Ich muss hier nichts machen und ich verkack's sogar. Zack. Jetzt aber. Troll Factory easy. Noch keiner hat's gemacht. Ich werd's jetzt mal starten. Ich bin der Erste. Mal gucken, ob's leicht wird. Aber Trolllevel könnt ihr mir gerne öfter bauen. Feier ich richtig. So. Was ist hier los? Was ist hier los? Hier ist gar nichts los. Nein, ich wusste das. Ich wusste das. Ich wusste das. Ich hab's schon gerochen. Jeder macht diesen komischen Scheißverarschertrick zurzeit. Okay, darauf fall ich nicht nochmal rein. Okay. Darauf fall ich nicht nochmal rein. Ich dachte, da wär's ein Block. Ich dachte, da wär ein Block. Ah, toll. Das hätt ich auch mir sparen können. Egal. Ich sterb jetzt nicht mehr. Obwohl, hier wird irgendwas sein. Hier wird irgendwas sein. Oh, ich brauch die, oder? Wenn ich... Zu 100 Prozent, Leute. Ich mach's jetzt testweise. Aber zu 100 Prozent. Ey, wenn nicht, dann lösche ich meinen Kanal. Wenn ich zu dieser Münze gehe jetzt und versuch hochzuspringen, sind ja unsichtbare Blöcke. Es wird 100 Prozent zu sein, wenn nicht, lösche ich diesen Theo-Kanal. Ja, toll. Jetzt muss ich mich... Kann ich neu starten. Was freu ich mich denn überhaupt? Ja, Moment. Wie krieg ich den denn jetzt? Hä? Oh. Oh mein Gott. Okay. Ich musste wirklich so einen Kacksprung machen. Okay, weiter geht's. Ich hab schon fast aufgegeben. Oh Gott. Nein, den muss ich bestimmt nehmen. Den Fahrstuhl. 100 Prozent. Nee, doch nicht. Ich vertraue der Röhre nicht. Ich vertraue dieser Röhre nicht. Die führt in den Tod. Zu 100 Prozent. Okay, scheiße. Okay, den brauch ich. Moment mal. Ich will aber die Mütze haben. Ja, toll. Okay, das ist 100 Prozent. Da kommen Geister aus. Zu 100 Prozent. Alter, ich kenn euch. Ich kenn euch schon, ihr Lümmel. Ich lass mich nicht mehr verarschen jetzt von euch. Ich hab die Faxen dicke. Komm. Na, sie... So läuft sie nämlich. Scheiße. Hier oben muss doch was sein. Oh, nö. Sag nicht so was Unsichtbares hier. Okay, den brauch ich hier. Ich brauch aber zu 100 Prozent noch die Dings. Die Shell. Ich hätt gern den als Hut. Ja, ist der... B-Ship ist weg? So wollte ich das haben. Zack, den nehm ich jetzt mit. Scheiß auf den anderen. Zack, 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 zack. Da war bestimmt unsichtbare Blöcke. Ich bin extra ein bisschen komisch gesprungen. Oh, oh. Da muss man sich beeilen. Oh, oh. Wie schnell muss man sich beeilen, bitteschön. Geschafft. Geiles Ding. Geile Map. War kurz, knackig, aber dennoch deliziös, würde ich mal sagen. So, eine machen wir noch. Sonst ist es ein bisschen kurz heute. So ein extrem harter Speedrun. Zehn Sekunden nur soll es gehen. Also kurz, knackig gegen die Zeit. Und zwar 1,5 Prozent haben es geschafft. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, von Byfredi auch vielen Dank fürs Kommentar. Solche kurz, knackigen Speedrun-Level bin ich auch immer für zu haben. Finde ich richtig geil. So, das kann nur nicht so schwer sein. Oh Gott. Ja, okay. Nein. Oh mein Gott. Das ist ja wirklich schwer. Zu langsam. Oh mein Gott, wie langsam. Nicht mal ansatzweise knapp. Oh Gott. Nein. Oh. Das war geil. Da oben ist noch ein Schalter. Alter, wie knapp. Wir messen ist das. Das war knapp. Scheiße. Das war geil. Ich hätte es schaffen können. Ich habe den Bogen raus, Fredi. Du hast keine Chance mehr. Leute, ich gebe auf. Ich gebe wirklich auf. Für diese Folge gebe ich auf. Es ist so schwer. Probiert das Ganze mal nachzumachen. By, Fredi. Wirklich Respekt. Du hast mich in die Knie gezwungen. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Ich bin schon maximal schnell. Wenn einer einen Tipp hat, schreibt es in die Kommentare. Oder schickt mir am besten ein Video, wie ihr das Ganze schafft. In der nächsten Folge von German Let's Play werde ich auf jeden Fall nicht aufgeben. Ich werde das Level von German Let's Play schaffen. Egal, was es kostet, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt. Ich bin damit raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.